So, mein Schatz, jetzt wird aber geschlafen und nicht mehr runterkommen, hast du gehört? Mama und Papa haben nämlich Gäste unten und einige von den Gästen mögen keine Kinder. Ja, aber... Schhh, nicht mehr runterkommen, hast du gehört? Du willst doch nicht, dass Mama und Papa sauer werden. Nein, denn wenn Mama und Papa sauer werden, dann holen sie das große Messer aus der Küche und schneiden dir den kleinen Finger ab. Also bleibst du lieber schön barf hier oben. Und wenn ich Pöppi muss? Dann darfst du heute ausnahmsweise mal ins Bett machen. Hier bist du. Kommst du runter? Wir wollen Anstoß. Nacht, kleine Maus. Schatz, Papa und ich kommen gleich nochmal hoch, um Gute Nacht zu sagen.